Hallo Stadtgärtner, ich bin der Ulf Kühn von Miscanthus Buscheritz. Ich habe heute hier auf der Gehestraße für die Stadtgärtner das Milchmaterial aus Miscanthus und ein paar Miscanthus Pflanzen mitgebracht. Ein Haufen Täter im Hintergrund, die Pflanzstäbe habe ich hier und zwei Sorten Miscanthus habe ich mitgebracht, einmal Rhizom vermehrte Miscanthus Meidel und in vitro vermehrte Miscanthus Giganteus Pflanzen. Aus denen wachsen, also ist eine Grasorte und aus denen wachsen mit idealen Bedingungen so drei Meter hohe Pflanzen, die auf dem Borst bleiben und eine schöne Sichtschutz oder Pflanzstäbe fürs nächste Jahr bilden. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ich hoffe wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.